so facecam ist an und dann geht es auch schon weiter bis noch ein schluck trinken ausgeblendet was ist los hallo nicht auf dem desktop spinnst du da bleiben so gut dann wollen wir mal ok lebensbeugung von spielcharakteren ausgeballten die wollen ja was ist denn da los warum springt jetzt das dauernd runter in desktop das ist ja gar nicht gut hallo kommen sie sind diejenigen die diese das ist eine von diesen scheußlichen mütter in den ruinen da gibt es noch mehr von ihnen also nicht wundern wenn ich mal ein bisschen weniger erzählen oder sagen oder sonst irgendwas ich konzentriere mich nämlich drauf nicht zu folgen gut am anfang folgt man nicht so einfach aber man weiß ja nie was passiert und ich habe natürlich auch immer alles ein ich bin so ein richtiger messi weil ich versuche mal alles so gelb zu machen aber man braucht später auch viel viel gold so naja hinweis ich werde nie vergessen wie ich diese scheusale zum ersten mal aus den vernebelten wäldern schlurfen sah unsere geliebten verwandten und freunde vor langer zeit beerdigt erhoben sich aus ihren gräbern und fingen an die lebenden anzugreifen die auferstandenen toten waren jedoch nur der anfang und ich glaube natürlich immer die maps komplett ab in der hoffnung dass ich noch irgendwo etwas besseres finde ich decke kane war viele jahre lang auf reisen und habe über die seltsamen kreaturen dieser welt geschrieben doch der anblick der scheußlichen mütter verfolgt mich bis heute sie sind das was von königin asyl als abgeschlachteten kammerzofen übrig geblieben ist nachdem sie von niederträchtiger magie entstellt wurden jetzt laden sie sich an leichen und wirken sie wieder als lebende tote hervor wer von euch kennt das game hier diablo 3 und wärt ihr auch so freundlich mal ein link von hier reinsetzen in facebook oder was auch immer damit vielleicht noch mehr leute zuschauen wenn es machbar wäre ihr müsst natürlich nicht verehrter leser mein name ist abd alhasir abenteurer gelehrter und forscher ich teile mein wissen über diese unglaubliche welt und deren kreaturen mit hilfe meiner aufschlussreichen schriften und das oftmals angesichts größter gefahr für mich selbst vor kurzem war ich in kanduras und mein zelt wurde von boshaften stachel scheusalen durchwühlt ich war in der lage sie mit meinem schuh in die flucht zu schlagen doch eine mann geringerer kühnheit wäre es weit schlechter ergangen und keine schätze da verdammt mann 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 kein schatz ok aber jetzt erstmal schauen wir haben hier fertigkeiten neu der ist cool einfangen der schlussschuss ist cool 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 ok er hat macht ja nichts aber solche welche links wenn weitergeleitet werden helfen halt mir als lesbayer sehr weiter oder viel weiter dass die leute aufmerksam werden auf meine videos suche war wurde ich eines entsetzlichen anblicks gewahr ein bergleichen unfassbarer weise begannen sie sich zu erheben während ich sie nach gegenständen von wert durchsuchte ich muss in neutristram davon berichten bevor es zu spät ist jetzt schauen wir erstmal hier hinten noch ob da noch was ist nein da ist nichts mehr gut danke dir raven man da ist auch nicht viel da oh oh ich 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 Okay, das war's wirklich hier. Ja, im Hard-Mode muss man ein bisschen vorsichtiger vorgehen Da geht es halt so ruckzuck schnell Wie im Normal-Mode Weil, wenn man tot ist Man weiß es halt, wenn man tot ist, ist man tot Dann darf man neu anfangen So, mal schauen, was haben wir denn Haben wir irgendwas? Nein, wir haben nichts Wir haben nichts, 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 was wir gebrauchen können So Gut Der Bogen ist besser Jawohl, der macht 5,6 Schaden Mehr Auf alle Fälle besser Ah, Entschuldigung Die Toten, sie haben angefangen uns zu fressen, während wir schliefen Sie sind überall Lauft, rettet euer Leben Okay Okay Oh War ja so klar Die Gerüchte über Folter und noch Schlimmeres Werden von Tag zu sagen, werden von Tag zu Tag mehr Was ist mit Tristram und seinem König geschehen? Ich dachte einmal, dass Leoric ein großer Mann sei Aber wie es scheint, habe ich mich getäuscht Wir alle haben uns getäuscht Wir alle haben uns getäuscht Er lässt unsere dürftige Alt Tristram Diablos Übel besteht hier noch immer fort Ne, du Kotzerei Nicht wundern, ich gehe immer erst außenrum Bevor ich auf die Mutter gehe Auf die Königin Oh, ganz schön gefährlich jetzt Aber geschafft Ist die Robe besser Wenn man da nichts Gar nichts, was besser ist Verdammt Aber wir haben jetzt Gott sei Dank gleich wieder Level Up Dann müssten wir, glaube ich, eine neue Fertigkeit kriegen Wenn mich nicht alles täuscht So Dann machen wir hier den noch Die Mutter ist da hinten Die hat schon gekotzt Gut, dann machen wir die Mutter Mutter, Mutter, Mutter Scheiße Komm her Die Königin Na, da liegt sie ja schon Erkundungsstoff Mal schauen, ob das was bringt Und das besser ist Diesmal ist gar kein Dungeon hier Oder so ein Eingang Für die Höhle Mal kurz gucken Die Ah, 4% bessere Chance magische Gegenstände zu erhalten Ja, am Anfang können wir schon machen Äh Später soll man halt aufpassen, dass man das nicht benutzt Solche Sachen Aber jetzt am Anfang geht's noch Weil ich brauche jetzt viele Sachen, die was irgendeinem magischen Bonus haben Weil wir ja Wachsen wollen Und besser ausgerüstet sein wollen Danke für eure Hilfe Aber könntet ihr vielleicht ein Wörtchen mit Lea sprechen Sie will die Idee, ihren Onkel zu retten, einfach nicht aufgeben Und das sollte sie auch nicht Ich werde ihr helfen, ihn zu finden Ich bin nur noch gespannt Ja, Stufe 4, cool Weiter Und wir haben wieder neue Fertigkeit Und zwar Verteidigen Genau, Krenfuß Ist cool Verlangsamten Gegner Gut Dann jetzt mit Lea sprechen Kommt Lasst uns auf die Suche nach eurem Onkel gehen Zuerst müssen wir in die Kathedrale gelangen Die Wachen hatten ihre Tore verschlossen Bevor sie aus dem Hinterhalt angegriffen wurden Rumford hat mir erzählt Dass sie sich bis zu Adrias Hütte durchgekämpft hatten Der Schlüssel muss noch immer dort sein Na dann Hol mal den Schlüssel Hier Lasst mich das Tor öffnen So, jetzt da es ja eh 1 Uhr nachts ist Und Eh die Kitty schon alle im Bett sind Kann ich ja nebenbei eine rauchen Ist ja weniger problematisch, finde ich So Adria war meine Mutter Doch ich weiß nicht viel über sie Sie starb, als ich noch klein war Und Onkel Deckard hat mich großgezogen Was ist mit eurem Vater? Ich habe gehört, er war ein großer Krieger Der starb als Tristram den Dämonen in die Hände fiel Ja, ich werde die Teile dann auch auf Äh, YouTube hochschmeißen Da könnt ihr dann die alle wieder anschauen Und ich hoffe, dass vielleicht Ich hoffe, dass vielleicht der eine oder andere dann sagt Hey, cool, ja, ich schaue auch mal zu Und so weiter und so fort Die Leute sagten, sie sei eine Hexe gewesen So, wo kommt der jetzt? Ah, da müssen wir jetzt erstmal zurückkehren Ich habe nicht genug Hass Na, kommt, fall um Jawoll Gut Die Scherbe dann mal anschauen Was wir da jetzt haben Äh Die hat Ah, die Stiefel Ein Leben pro Sekunde wird regeneriert Okay Aber ansonsten haben wir nichts Gut, wir hätten das Zeug vorhin verkaufen sollen Gleich mal So, was haben wir da noch? Stoffhose, Scherbe Was haben wir auch der? Sieben Aber die Stoffhose ist jetzt auch besser 0,3 mehr Schutz Aber ich lasse es erst mal Das mit dem Magie-Fund-Bonus an Hier ist der Schlüssel Und das Tagebuch meiner Mutter Das, was ich bisher gesehen habe Erzählt